Ja, hallo, ich bin Simon Reitmeier, gebürtiger Österreicher und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr nach Wien kommt, um Klarinette bei mir zu studieren. Speziell in Wien wäre toll, weil die Klangproduktion, der warme, berührende Klang der Wiener Klarinette bei mir sehr gut unterrichtet und erlernt werden kann. Und ich lege sehr viel Wert natürlich dann auf Luftführung, Materialwahl und wir werden unsere Paradewerke Mozart, Weber, Brahms gemeinsam studieren. Also ich freue mich auf euch.